Einen wunderschönen guten Morgen, Ladies and Gentlemen, mein Name ist Rixi und Willkommen zurück zu einer neuen Folge Youtubers Life. Ja, ich bin überlegen, ob wir nicht in Zukunft zwei Videos veröffentlichen sollen, damit wir mal ein bisschen Vordermann machen hier bezüglich den Displays. Das war so meine Überlegung, allerdings werden wir erstmal den Rechner aufrüsten. Wir haben auch genug Kohle hier. So, gucken wir mal, was machen wir denn im Gehäuse erstmal. Erstmal das dickste Gehäuse hier rein. 1.000, teurer Spaß, aber komm, muss sein. Wir hauen direkt das dickste vom Dicksten hier rein, den Rechner. Dann haben wir uns nicht direkt alles geschafft. So, 75 teuer, meine Maus war ein bisschen teurer sogar. Okay, Webcam, 414. Oh, netter Preis. Jetzt bin ich mal auf das Mikrofon. 306, ja, ist okay auf jeden Fall. Das ist eigentlich ein ziemlich realistischer Preis und auch die Kamera. Also finde ich gar nicht mal so unlogisch. 522, komm, rein damit. Und das neueste Handy rum auch noch, komm. Ach, haben wir schon gekauft. Okay. Dann rüsten wir den anderen Rechner auch mal direkt auf. Ähm, ich möchte gerne den... Wo ist denn der PC? Ach, dahinter, oder? Ah, da bist du. Da hast du dich versteckt. Was ist denn? So. Was haben wir hier? Gleiches Spiel von vorne natürlich. Ist ja logisch. Was? Du kannst nur das Gehäuse rein machen. What the hell? Wieso konnte ich nicht das dickste rein machen? Bei dem... Das ist ja blöd. Naja, dann ist es halt so. Webcam, zack. Mikrofon. Hörer. Software. Und ja. Jut. Da hätten wir das so weit alles öffnen. Aber ich verstehe nicht, warum ich den Rechner nicht auf das dickste ballern kann. Das hoffe ich nicht so ganz. Oh, sieht das geil aus. Bestimmt. Uh, bin ich mal gespannt. Monitor? Ist das denn der Monitor dran? Jo. Okay, das ist mal so ein... Was ist das so auf... Naja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob es ein All-in-One-PC ist, aber... Hm. Ich weiß es nicht. Öffnen. Machen wir einmal weiter hier. So, das sollten wir alles für den PC haben, oder? Hm, was haben wir hier? Ich liebe deine Videos trickst dir, aber dein Zimmer sieht so leer aus. Ich habe ein paar Sammelobjekte, die gut zu dir passen würden. Ich würde ein paar von ihnen verkaufen. Jo, ist okay. Mach mal. Cool. Element. Ist in Ordnung. 50 Kröten da. Ist mir echt... Echt egal. Aber möchtest du das mal langsam hier in dem ganzen Boxen? Ist ja schrecklich. Heieiei. Kann ich mal eine komplette Lieferung dreck kommen? Amazon. Mei. Was machst du denn? Amazing One heißt das ja, glaube ich. Ach, ja. Du kannst schon mal ein neues Spiel aufnehmen hier. Hm. Ein Video aufnehmen. Haben wir überhaupt noch etwas Interessantes für die Leute hier? Haben wir wirklich Interesse? 100. Alter, Alter. Dann hauen wir das mal raus. Ähm. Was nehmen wir denn? Hauen wir einen Work Frog. Haben wir noch nie gemacht mit dem Spiel. Dann wird das nämlich mal gemacht. Wieso? Okay. Ja, gucken wir mal. Das ist auf hier der Höchste. Sehr schön. Auch gut. Ja. Das ist dann alles soweit in Ordnung. Mal gucken. Aber das Platz hat 73. Alter. Da hauen wir doch lieber den hier. 4K Auflösung. Lärmschutz. Äh. Ja. Ist in Ordnung. Gut. Das ist glaube ich der Dickste, den wir haben, oder? Ja. Gut. Ab dafür. Okay. Und du machst jetzt mal deinen Dingskurs weiter hier. Obwohl, wir können eigentlich mal ein bisschen quatschen mit den Leuten. Dann haben wir noch ein paar Mitarbeiter bekommen. Das ist das Letzte. Dann haben wir alles. Tatsächlich. Wir haben alles freiges... Naja, noch nicht ganz. Da unten fehlt noch eins. Aber dann hätten wir alles sonst. Gut, gut, gut. Was haben wir noch zu bekommen? Neues Handprinzip, maximale Kühlgang. Öh. Jo, wissen wir Bescheid. Okay. Gut, ähm. Dann gehen wir mal hier an den Rechner. Obwohl, wir reden mal mit den Leuten hier. Chat. Mit wem kann man denn mal quatschen? Das ist ja ein Angestellter von uns. Und Andi will mit uns ja nicht reden. Hm. Lauen wir mal mit dir mal ein bisschen. Oh, wir sollten, glaube ich, eher auf so Treffen gehen und so ein Kram. Ich glaube, das wäre am sinnvollsten, um neue Leute kennenzulernen. Wir wollen gerne den Kurs. Warte mal. Ah, da ist es ja. Kurs wird es... Oh, nee, erst mal hinlegen. Schlafen. Dann solltest du noch was essen. Hohen wir Spaghetti Bognese. Den Kurs kannst du bitte mal nach hinten legen. Und dann kannst du den Kurs fortsetzen. So, wie sieht es bei dir aus? Soweit in Ordnung alles, ja? Ich hoffe doch. Oh, ist sogar schon fertig. Wunderbar. Interessant, aber nur 52. Ist nicht gerade hoch. Naja, es ist halt so. Und das nächste direkt hinterher. Zack. Bop, 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 bop. Video aufnehmen. Nehmen wir das hier. Noch mal ein... Review. Ach, komm mal, mit dem Gameplay. Alles soweit in Ordnung sonst. Ab dafür. Zack. Kann man den nicht weiter aufrüsten? Irgendwie. Würde mich echt mal interessieren. Das hören wir uns mal gleich an. Ist der Rechner... Da kann man... Wird mal. Die kann man auch aufrüsten. Hä? Ich bin ein wenig verwirrt. Und... Achte mal. Das ist der... Dicke. Ja. Das ist der dicke Rechner. Da. Höh? Das ist der dicke? Ich bin ein wenig verwirrt gerade. Ernsthaft. Aha. Video ist fertig. Mal gucken, ob das es besser ist. Interesse. Hm. Nicht wirklich. Aber dafür mal einen neuen Rekord. Ist ja auch was wert. So. Und direkt hinterher wieder ein neues Teil machen. Hm. Bop, bop, bop. Video aufnehmen. Immer Videos raushauen. Die ganze Zeit. Das hauen wir jetzt auch raus. Machen wir... Kommen wir mal mit Speedrun draus. Ich habe es mal, wie man Speedrun machen kann. Bei einem Rennspiel. Aber... Okay. Das müssen wir ändern. Das Omni. So. Oh. Wie können wir unserem Netzwerk hier beitreten? Das machen wir doch. Beitreten. Und dann müssen wir mal gucken im Kalender. Weil das Netzwerk hat ja nicht auch solche Partys. Diese Treffen. Gucken wir mal gerade. Kommende Veranstaltungen. Ich glaube, wir machen jetzt ein Video von dem Spiel. Dann schmeißen wir das Ding voraus. Irgendwie war da null Interesse dran an dem Speedrun. Obwohl, wir wollen mal hier mal einen Speedrun aus. Vielleicht schlägt es wirklich an einem Genre. Mal ausprobieren. Vielleicht sind wir damit erfolgreicher. Kann ja sein. Wir haben 1,7 Millionen haben wir jetzt. Ja, wir steigen so langsam. Wir müssen auf YouTube Nummer 1 werden noch. Aber ich habe noch keine Ahnung, wie man das machen soll. Echt nicht. Das Netzwerkangebot. Zeig mal her. Was hast du denn da? Wir kriegen dafür eine Million. Okay. Willst du ein Duell haben? Nee, das machen wir nicht. Duell mache ich nicht. Nee, nee, nee. Das ist ein Zeikel. Weil, da muss man alles manuell machen. Das ist mir dann doch ein wenig zu gefährlich. Ich habe mich echt die Sorge, dass wir da einen auf den Deckel bekommen. Okay, also Speedruns ist da null Interesse dran. Da müssen wir echt neue Spiele haben, schauen wir. Gut, 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 gut. Wie sieht es mit dem Kurs aus bei dir? Naja. Dann nehmen wir uns mal kurz schlafen. Und dann kaufen wir, denke ich mir, mal ein neues Spiel. Weil wir Zeit. Einkaufen. So, Amazing On, bitte. Meine Konsole ist in Ordnung. Gut, Dezember. Was haben wir eigentlich jetzt? Januar, das ist vor kurzem erst erschienen, kann man eigentlich sagen. Aber das ist schon ein paar Tage her, gell? 17. Dezember, 19. Gucken wir mal gerade. Oh, nee. Das wird so gefährlich. 21. 22. Ah, da kommen wir schon eher in die Richtung. Aber, ähm, gucken wir mal gerade Top-Bewertungen. Dann holen wir doch das hier. Das kaufen wir uns. Und das kaufen wir uns. So. Hätten wir wenigstens zwei Spiele schon mal wieder. Und dann kannst du direkt Videos dafür erstellen. Ähm, Video aufnehmen. Gut, die schmeißen wir alle mal raus. Da interessiert kein Schwein mehr, scheinbar. Kaufen. Alles weg damit. Kriegen wir mir noch ein paar Dollar wieder. Okay, dann würde ich sagen, wir machen mal hier ein Preview. Das ist soweit. Ist in Ordnung, außer das Omni. So. Und dann kannst du wieder was essen gehen, mein Kollege hier. Ähm, obwohl wir machen erstmal das Ding auf. So, dann solltest du was spachteln. Oh, hat das schon automatisch gemacht, oder was? Komm, essen. Hopp, hopp. Ähm, was essen wir denn? Salat? Ja, komm, erstmal Salat. So. Und dann nehmen wir mal auch ein Video auf. Würde ich sagen, wir machen erstmal ein bisschen langsamer alles hier. Können wir den eigentlich auch aufrüsten? Oh, der ist schon fertig. Nice. Alter, warum ist denn so wenig Interesse an den Spielen? Verstehe ich nicht. Hm. Alles komisch. Achtung, wie der arbeitet noch. Jo, okay. Und was mit dem? Kann man den auch noch ausrüsten, oder wie? Ich verstehe das gerade nicht so ganz. Oh, wir müssen viele Rechner haben. Komm, machen wir mal ein bisschen fixer hier. Oder haben automatisch alle Rechner als dickste vom dicksten? Ja, eigentlich nicht, gell? Okay. Ich bin verwirrt, Leute. Ich bin echt gerade verwirrt. Was das soll? Muss ich das Schritt für Schritt aufrüsten? Oh, was ist hier los? Hm. 144 Dollar. Alter, Walter. Das sind mal Preise hier. Aber richtig dicke Preise. Alter, Walter. Oh, wir müssen uns hier mal ein bisschen Kohle mal reinholen. War auch hier ein teurer Spaß, was wir da gemacht haben gerade. Dann rüsten wir mal die Kiste auf. Na. So. Komm, weiter, weiter, weiter. Immer schön machen hier. Das muss ja wohl jetzt hinhauen, Leute, oder? Das hat ja wohl richtig eine Gewertung. Und das Interesse ist auch noch sehr hoch. Also das muss ja wohl klappen jetzt. Obwohl, Moment mal. Ich glaube, wir haben den Rechner noch nicht aufs Höchste geballert, gell? Mal kurz gucken. 73. Oh, ja, ja, ja. Moment mal, Moment. Dann machen wir auch kurz den Rest hier noch rein. Und dann nehmen wir den dicksten Rechner hier. Wie hat der? 78 Punkte. Nice. Ja, auf jeden Fall. Geile Sache. Brauchen wir direkt mal das dickste vom dicksten hier rein. Gut. Jo. Dann ab dafür. Und du legst dich kurz hin und machst dann auch Aufnahmen, würde ich sagen. Ja. So machen wir das. Legst dich kurz hin. Dann isst du eine Kleinigkeit. Erstmal eine Pizza. Ist natürlich eine Kleinigkeit, gell? Ist ja klar. So. Und dann gucken wir mal. Nicht den Kurs vorzessen. Nein, 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 nein. Ich wollte ein Spiel aufnehmen. Mhm, mhm, mhm. So. Neues Gameplay. Okay, dann machen wir nämlich dann ein Gameplay draus. So. Welchen Rechner nehmen wir denn? Ja, wir nehmen den, dann würde ich sagen. Das ist ja so, wird alles richtig eingestellt, oder? Ja. Automatisch. Gut. Und ab dafür. So. Sind mich beide beschäftigt. Bin ich mal gespannt, wie viel Kohlen wir jetzt diesmal reinholen. Oh, Netzwerkangebot, das müssen wir auf jeden Fall mal wahrnehmen hier. Das nehmen wir an. Wir machen das nämlich einfach. Ich hab jetzt gar nicht gelesen, aber wir müssen Aufträge annehmen von denen. Jetzt fliegen wir echt noch über kurz so lange raus. Okay, dann kannst du nämlich den Auftrag annehmen. Das ist super. Euer Rekord. Nice. Sehr gut gemacht. Du wolltest ein Walkvoke, wollten die ja haben. Ach, der kann sich auch eine Aufnahme machen. Du musst was essen erst. Okay, dann geht nochmal was essen. Ja, dann ess was. Boah. Dann eben nicht. Mei, nee, ey. Ah gut, er geht was essen. Das ist schon mal sehr gut. Oh, mein Video ist auch fertig. Oh. Also bei mir läuft das besser mit dem Interesse. Also ich bin schon mal besser als er. Ich glaub, den müssen wir rausschmeißen, den Kerl, oder? Kann das sein? Hm. Neues Gambling. Dann machen wir hier das Walkvoke. Was war das denn für ein Spiel überhaupt? Was ist das? Muss es ja sein, weil das ist das einzige Spiel, was nichts hat. Ja, dann wird es das sein. Machen wir den Wettbewerb. Und mal bei den dicken Rechner, den 78er, automatisch. Halt, stopp, stopp, stopp. Mal gucken. Was Besseres reintun können? Nein, kann man nicht. Gut. Dann ab dafür. Scheint wirkt es so, dass er schlechte Arbeit macht. Schaut euch das mal an hier. Ich habe wesentlich bessere Bewertungen als er. Traurig. Echt traurig. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich das verbessern kann mit ihr, weil... Die hat ja immerhin alles auf 100. Keine Ahnung, davon viel. Gut, dann gucken wir mal in den Kalender mal rein. Da muss doch irgendwo Netzwerkparty sein oder sowas. Ganz weekly, blablabla, all red, green party. Hm. Gut. Du kannst jetzt den Kurs hier mal fortsetzen, Kollege. Oh. Noch nicht so gut, wie ich dachte. Wie, der Wolfhof ist da hochgeladen. Warte mal, von welchem Spiel wollt ihr das denn haben? Surprise Triad. Ja, der Wolfhof ist ja hochgeladen. Ach, stimmt. Dann brauchen wir noch hier das. Brauchen wir auch noch. Dann würde ich sagen, pushen wir das hier noch höher. In der Hoffnung, dass wir genug Zuschauer haben. Hey, Tricks, hier würdest du mir ein... Was? Welches denn überhaupt? So, naja, jetzt würdest du mir mit einem Video helfen, dass ich noch da bin? Jo, warum nicht? Komm. Helf mir ihm mal ein bisschen. Schieben wir das mal hoch. Und das kann auch mal hochgeladen werden. Oh, okay. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Das Interesse ist ja mal riesig. Alter, Alter. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Habe man die 600 KM bekommen? Ich bezweifle es ein wenig. Vielen Dank. Oh, nice. Dafür haben wir ja ganz schön viel Kohle bekommen. Alter, so viel Kohle hätte ich auch gern mal als die Hälfte. 2 KM für ein Video. Respekt. Also 400 KM haben wir schon. Komm, 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 komm. Machen wir nochmal ein Boxhaus mit ihm mal. Wir testen das einfach mal. Mit dem hier, bitte. Work, work. Äh, zack. Das hat nicht ganz gereicht. Schade. Schade, schade, schade. Ab dafür. Komm, jetzt aber. Wir müssen es schaffen, irgendwie. Ich habe nur noch keine Ahnung, wie wir es schaffen sollen. Mh. Oh, 1,3 K schon. Alter, Walter. Das ist der Best. Ich schmeißen die schon mal doch nicht raus, oder? Was? Wir sind schon gesperrt? Oh. Das ist aber hart. Das ist echt hart. Ja, dann leckt mich. Echt. Während des Internets surfst du, stößt auf folgenden Links. Sieh dir an, wie diese Person, ihr Leben, in nur 5 Sekunden ruiniert. Das glaubst du nie. Pff, ignoriere ich. Weg damit. Gut gemacht. Werbungsverschlacht. Oh, danke, danke, danke. Oh, es geht nie ab. Ich liebe deine Videos, Ricks. Ja, aber dein Zimmer sieht so. Ja, nimm mal an. Komm. Alles ab dafür. Oh, nice. 5.000 haben wir zu bezahlen. Okay. Das schaffen wir noch irgendwie. Gut. Wir machen wir hier mal langsamer. Wir holen dich mal kurz. Du machst nämlich nochmal so ein Gameplay-Video. Das war ja mal richtig geil. Aber. Von dem Spiel hier. War's das? Ich glaub schon, dass du abgegangen bist. Nee. Das hier war das. Aber ich bin immer für eh mal. Ah, mach mal. Man kommt in dem davon an Gameplay auf. Das sind nicht älter. Nehmen wir das als erstes und dann das andere. Das wär so mal eine Idee. Ja, 69. Wunderbar und neuer Rekord hast du auch noch geschafft. Sehr schön. So, du machst halt ein neues Video. Neues Video, neues Video. Und du nimmst diesmal das hier auf. Machen wir ein Gameplay draus. Wie? Du stehst noch faul rum. Du sollst den Kurs machen. Fauler Stinkstiefel, du. So. Rander. Aber Dali. Geht hier mal gar nicht. Du sollst den Kurs auch mal irgendwann beendet haben. Aber ich sehe, von den Ausgaben her sind wir dann ziemlich gleich. Also wir schaffen es. Obwohl wir jeden Monat 6.000 zu bezahlen haben. Aber wir packen es. Oh, 6.000 Euro. Oh. Äh, Dollar. Video ist fertig. Nice. Oh, das sieht sehr, sehr schön aus. Und wieder einen neuen Rekord. Alter, langsam läuft es bei dir. Gefällt mir. Direkt weitermachen. Direkt weiter. Machen wir mal hier. Wolf. Ah, haben wir schon Wolf. Das haben wir ja gemacht. Da würde ich sagen, machen wir mal einen Speedrun mit dem Ding. Einfach mal gucken, was dann passiert, ob sie damit einen Speedrun machen wollen. Ich muss manchmal checken, welche Sachen am sinnvollsten sind. Bei welchem Genre. Ihm geht es auch nicht mehr so gut. Und du solltest was essen. Erstmal Spaghetti Bolognese. Dann verschieben wir mal kurz. Dann legst du schlafen. Und dann machst du den Kurs weiter. Wie sieht es bei dir aus? Du müsstest eigentlich auch bald fertig sein mit deinem Video. Jo, bist am Bearbeiten jetzt. Super. Aber ich habe noch keine Ahnung, wie ich neue Verwandte, Bekannte oder sonst was bekomme. Also mit einem Netzwerk, das bekommen wir irgendwie nicht hin. Was? Wir würden uns im Namen von der Hinde freuen, wenn wir uns an ein Dual-Video. Oh nein, lass mal. Machen wir nicht. Ich habe echt keine Lust auf Dual-Videos. Null Interesse? Okay. Also Speedruns sind schon mal echt nicht beliebt, wie es aussieht. Okay, du hast mal was essen. Ist in Ordnung. Also ja, wieder. Super. Man kann es direkt wieder ausnehmen. Komm, wo kommt der andere am Kerl? Da muss er direkt wieder ein Video aufnehmen. Nimmst du hier von einem Video auf? Machst du auch nochmal ein Gameplay. Komm, nochmal. Oh, 86er in Terrasse. Oh, ja. Ab dafür. Oh, der Kurs ist auch bald fertig. Sehr gut. Komm, komm, komm. An einem... Ja, wunderbar ist fertig. Wo ist hier was gestiegen? Verdammt. Das ist falsch gemacht. Das ist ja blöd. Guck mal Kurs. Guck mal Kurs. Das bringt mir das. Das sind auch 15 Tage. Da kommen wir mal den auch. Da haben wir den alle hinter uns. Und du nimmst bitte mal ein Video. Bleibst du mal stehen. Hallo, Kollege. Danke. Wieder öffnen. Dann nimmst du hiervon noch ein Review auf. Dann machen wir nämlich das abgeschlossen, das Thema hier. Und das halt knallrot ist. Aber ich will es ausprobieren. Boah, 93. Also Reviews mögen die gerne, die Leute. Kann das sein? Kommt mir zumindest so vor. Mach mal ein Unboxing. Komm, ich mach mal ein Unboxing draus. Das haben wir schon Ewigkeit nicht mehr gemacht. Ich will mal schlafen. Ich will was essen. Dann machen wir hier das Unboxing. Äh, das kommt zu dir noch. Nein, nein, nein. Das war ein Fehler von mir. Was ist los? Hallo, Tricks. Ich bin einer der größten Fans. Ich gebe dir 3-4 für grüne Pullover aus deinem Schrank. Jo, ja. Kannst du haben. Oh, haben wir ein bisschen was verloren. Doof. Naja, passiert. Äh, du sollst das essen. Kollege. Und dann sollst du Unboxing machen. Mit dem natürlich Automat. Oh, boop, 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 boop. Mal kurz gucken. Ja, das ist das Beste. The best of oder was. Scheint so. Dann los geht's. Super, du machst den Kostakt weiter. Das gefällt mir. Jetzt hier aus mit Videos. Mal gucken. Gibt es irgendwas, was dann interessant für die Leute sein könnte? Äh, sieht nicht so aus. Aber wir könnten mal hier mal ein Review draus machen. Mal gucken, was dann passiert. Ich hab ein bisschen rumtesten. Ich gebe es ja zu. Guck mal, vielen Dank. Wir werden mich wieder kontaktieren. Juh, bitteschön. 31.000 haben wir. Alter, Walter. Ich würde einfach gerne mal ein paar Leute einstellen. Aber ich weiß nicht, wie ich die finden soll. Das ist so einer meiner Probleme, die ich habe. Oh, das machen wir mal weg. Elgin, XP. Dankeschön. Kauf ein Spiel. Dann müssen wir ihn machen. So, wie sieht es aus? Sein Interesse ist wieder knallhoch. Also, irgendwie verstehe ich das nicht so ganz. Das System. Hm, wie soll es recht sein? Aber, was ist hier los? Du stellst fest, dass der Ton dann ins Netz floh. Ein Problem müssen wir beheben. Geht nicht anders. Und dann solltest du im Kursabbrechen schlafen gehen. Dann was essen. Und dann machen wir das hier als nächstes. Tricks, die Ranking 30. Jo, jo, machen wir mal. Erstmal schlafen und essen. Und dann ab dafür. So, haben wir auch schön bezahlt die Rechnung. Also, es läuft. Wir sind wieder auf 25.000. Wir sind langsam hochgehen. Also, alles Paletti. Das ist doch schon mal sehr schön. Und wir haben nochmal 1.000 Dollar bekommen. Alter. Wir sind rich ohne Ende hier. Und dann gehen wir mal ein Spiel kaufen. So, was haben wir denn da? Top-Bewertungen. Machen wir mal so. 13. Februar. Was haben wir denn jetzt? März. Immer das Ding auf jeden Fall. Das lief ja eigentlich relativ gut. Das Spiel. Dann machen wir das auch. Komm. Wieder ein Spiel. Das ist auch noch relativ fit. Das ist super. Da kannst du nicht gleich mal Spiele aufnehmen. Hier. Dann müssen wir mal das erste Spiel auf. So. Zack. Neues Gumbler-Video. Dann nehmen wir das Puzzle-Spiel. Machen wir ein Primo. Videos. Wunderbar. Automatik. Jupp. Und du machst auch ein Primo. Für das Spiel hier. Du nimmst aber Arbeitsplatz. Zwei würde ich sagen. Ja. Gut. Was wollt ihr von mir? Ne. Lass mal. Jetzt nicht. Wir haben genug zu tun gerade. Das können wir nochmal annehmen direkt. Haben wir wieder in den Mille bekommen. Kommt mal bald wieder. Level up. Wenn das so weiter geht. Oh. Yes. Yes. 99. Uh. Das ist nochmal richtig nice. 99. Boah. Alter. Hätte ich das nicht gedacht. Alter. Walter. Das können wir Video. Nehmen wir das hier natürlich. Machen wir ein Gumbler. Weil die Leute haben ja Interesse ohne Ende dafür. Für das Spiel. Nehmen wir den ersten. Automatisch. Weiter. Wisch. Oben ist es. Ist das geil, wie das hochgeladen wird. Super cooles Internet. So, das hätte ich gern bei mir daheim. Klack oben. Das wäre echt geil. Das ist auch halt fällig. Geile Sache. Es läuft dann richtig gut heute bei uns. Und da haben wir wieder so extrem hohes Interesse. Oh. Nicey dicey. Läuft, läuft, läuft. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Du kommst direkt mal her. Wie? Ähm. Hallo? Wo bist du hin? Da. Ach. Du kannst das noch nicht. Hm. Wieso kannst du auch kein Video aufnehmen? Ach doch. Da war das jetzt mal versteckt. Oh mein Gott. Oh, warum immer. Ich hab mir gedacht, das ist ja oben links. Oh, okay. So, Gameplay. Ja, ist in Ordnung. Zack. Haben wir drei Videos in Gange. Oh, vier Videos sogar. Upsi-da-i-see. Kann das genauso hochgeladen werden. So. Und du musst mir was essen. Da können wir eine Pizza, da können wir mal schlafen, da machen wir einen Kurs. So, da haben wir nämlich alles erledigt. So weit, so gut. Und ich verdiene richtig Asche diesen Monat. Das gefällt mir richtig gut. Wir haben gerade mal einen Achtung und haben bald die 31.000 wieder. Alter, Alter. Das geht nicht ab. Wenn ich jetzt... Boah. Wie geht das denn ab, wenn ich mehrere Leute habe? Ja, das kaufen wir den Boost auf jeden Fall. Mehr XP, warum nicht? Wir können direkt ein nächstes Video aufnehmen hier. Immer Videos aufnehmen, aber zackig. Gameplay, weiter. Okay, was willst du denn hier? Ich bin einfach dopes, Entschuldigung, bla bla bla. Äh, ja komm. Kriegst du. Ist in Ordnung. Und wir haben schon wieder ein Level ab. Wir haben schon mal jetzt alles erreicht. Ah, da oben ist noch ein Punkt, was noch fehlt. Aber sonst haben wir alles. Cool. Das ist doch mal richtig nice. Kuss fortsetzen. Boah, was für eine Aschgleich reinkommt. Das ist doch mal her, wisch. Was ist mit dir? Wo bist du denn her, Kollege? Ah, macht schon mal Pause oder Feierabend oder so. Keine Ahnung, davon viel. Wir werden bald wieder ein Level ab. Alter, was geht ab? Was geht ab hier? 2,3 Millionen Abonnenten. Steigend ohne Ende. Das würde ich gerne mal live sehen. Auf meinem Kanal, wenn das so dick, dick, dick hoch geht. Alter, Walter. Der Kollege ist immer noch nicht da. Wo ist denn der? Am Ort. Ja, seht ihr mal. Wir haben schon fast die 1.3000. Haben wir eigentlich schon. Und noch nicht mehr eines Monats. Noch nicht mehr die Mitte. Also, das sieht mal richtig gut aus, muss man sagen. Fehlt mir. Wo ist der Mitarbeiter hin? Hallo? Ist der verpackt oder was ist hier los? Der kommt irgendwie nicht mehr wieder. Hä? Muss ich ein Feuer haben oder was ist jetzt los? Warum kommt denn der nicht mehr? Ja, ich weiß nicht, ob ich einen Abonnenten verliere, weil mein Mitarbeiter nicht mehr kommt. Warum auch immer. Wo ist denn der? Wo steckt der denn, der Kerl? Verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Hm. Wer muss vorschlagen? Was haben wir denn da? Review. Mega Boxing. Jo, komm, mach mal. Nehmen wir an den Auftrag. Hier kann ich auch keine Spiele mehr auswählen. Das muss ich vielleicht irgendwie hier drüber machen. Also, Edo ist da was faul gerade. Mit dem Spiel. Wow, das sieht mal richtig gut aus. Das sieht mal richtig gut aus. Was wir haben. Ne, ne, so rum bitte. Also, irgendwie bin ich ein wenig verwirrt, was hier abgeht gerade. Vielleicht weiß das ja jemand, ob ich hier einen Fehler habe oder... Na gut, vielleicht muss ich Neustart machen. Vom Spiel, aber das will ich jetzt nicht in während der Aufnahme machen. Das wäre ein bisschen blöd. Oh, mach hin. Wir warten noch nicht Ewigkeiten hier auf das neue Video. Oh, der ist aber ganz schön im Sink gerade. Ei, 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 ei. Wir müssen mal schnell gegen Arbeiten. Ja, komm mal. Mach mal. Ist in Ordnung. Was willst du hier von mir? Okay, das sieht super aus. Kann das Ding hochgeladen werden. Zack. So. Machen wir erstmal das hier. Dann machen wir den Kurs weiter. Ah, sehr schön. Endlich ist es fertig. Wunderbar. Dann haben wir nämlich auch da 100 erreicht. Hoffe ich mal, oder? Trommel. Yes, haben wir. Super. Jetzt haben wir noch da noch 11 Punkte. Dann haben wir noch 2 Pünktchen. Und dann noch noch 14. Dann hätten wir das soweit erreicht, was ich eigentlich erreicht möchte. Aber sonst haben wir keine Kurse mehr. Ne, wir haben alle Kurse abgelegt. Wunderbar. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch ein paar Gameplay-Videos auf, oder? Ja, komm, machen ein Gameplay-Video. Weil ich habe die Hoffnung, dass ich einfach da noch ein 100er bekomme. Und dann schauen wir weiter. Welche machen wir denn? Einmal machen wir das hier nochmal. Machen wir ein Review. Review draus. Das ist ja weit meist in Ordnung. Komm mal raus. Dann haben wir euch eigentlich soweit alles erledigt, was ich eigentlich erledigt haben möchte. Nur mit dem, äh, mit meinem Personal, dass er nicht mehr wiederkommt. Ist irgendwie sehr, sehr seltsam. Können wir nochmal umziehen, oder was? Raumstation. Was geht? Was? Raumstation. Wie krank ist denn das, bitteschön? Ist doch ultra krank. So, gucken wir mal. Haben wir jetzt voll? Oh Gott, das bringt ja fast gar nichts. Beim Sound und so weiter. Schade. Dann würde ich sagen, dann verabschiede ich mich mal bei dieser Folge. Wenn es euch soweit gefallen hat, oder ihr irgendwelche Tipps habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich super drauf freuen. Man sieht sich, man hört sich, man schreibt sich. Bis zur nächsten Folge, euer Trixi. Ciao, ciao.